Ein schönes Sport frei, liebe Handball-Fans und liebe SCM-Fans. Ich sehe hier ein bisschen zerstört aus, schwitze hier und da, weil ich sitze gerade direkt nach einem tollen Sieg des SC Magdeburg gegen SCDAFK Leipzig. Und wir haben einen kleinen geheimnisvollen Gast heute dabei gehabt, und zwar unsere neuen Torhüter ab der nächsten Saison. Tobias Dullin, hallo, nice to see you. Hallo. Du hast das Spiel gesehen, hast du es gefallen? Ja, sehr viel. Es ist eine große Atmosphäre in der Arena und ich bin froh, dass sie gewinnen. Was wissen Sie über Magdeburg? Ich weiß, dass es eine Stadt und ein Team wirklich für Handball ist. Ich war hier letztes Jahr und habe das gleiche Spiel gesehen. Ich war über die Atmosphäre in der Arena. Das ist eine Erinnerung, die ich nicht vergessen habe. Also, ich habe gefragt, wie wir das Spiel hier heute fanden. Jeder, der es im Fernsehen gesehen hat und alle, die hier waren, wissen, dass es heute ein unglaublich toller Heimspielauftakt war. Das bestätigt Tobias. Und dann hat er auch gesagt, dass er letztes Jahr schon hier gewesen ist auf die Frage, was er denn so über Magdeburg weiß. Und das, was wir alle immer in der Empfindung haben, genauso richtig ist. Eine Stadt, die Handball lebt. Eine Stadt, die für Handball steht. Und das hat er heute dann auch genau so gesehen. So, warum Magdeburg? Ein tolles Team, natürlich. Und ich kenne mehrere Spieler aus dem nationalen Team und der Handball-Liga in Sweden. Wer ist er? Albin Lagergren, Donald Pettersson, Christian O'Sullivan. Und natürlich der goalkeeper-trainer Thomas Sorensson. Ich denke, es wird sehr wichtig für mich als goalkeeper sein. Ich habe erstmal gefragt, warum Magdeburg? Er hat natürlich gesagt, seine Nationalmannschaftskumpels. Die Namen habt ihr selber alle verstanden. Und ganz wichtig ist unser Thomas Sorensson. Er hat bei Weltmeister, Wahnsinns Torhüter, ehemaliger Weltklasse Torhüter. Und da kann ich nämlich gleich mal überleiten. Der hat mir nämlich auch eine lustige Frage beantwortet. Ich habe ihn nämlich gefragt, was ist jetzt hier eigentlich mit dem Tobias bestes Talent in Skandinavien oder in Europa? Ich habe gefragt, Thomas Sorensson, was er der beste goalkeeper in Skandinavien oder in Europa ist? Und er hat mir gesagt, er ist der beste in der Welt. Was denkst du? Es ist flammend, dass ich so glaube. Aber ich denke nicht so viel darüber. Ich arbeite einfach und versuche, so viel wie ich kann. Also er findet das natürlich gut. Und wenn so ein Typ wie Thomas Sorensson sagt, er ist der beste junge Torhüter in der Welt momentan. Also das beste Talent. Dann macht das natürlich auch was mit ihm. Und motiviert ihn auch so ein bisschen, sich weiterzuentwickeln. You're number three in your national team, ja? It's hard to pass the other two guys. Yeah, Apelgen und Palika sind zwei unglaublich gute Goalkeeper. You will see the guys in the Bundesliga then? Yeah, it will be nice to meet them, yeah. Are you doing jokes about the games or your future here in the Bundesliga with the guys? No, not really. No reactions from the guys? No, no. Okay, also ich habe gefragt, ob die da so ein bisschen rumeiern und rumalbern irgendwie. Weil wir wissen ja alle, dass die Profisportler so ein paar kleine Späße miteinander treiben, wenn so eine Nachricht rauskommt. Aber er hat gesagt, bis jetzt hat er noch keine Reaktion bekommen und auch noch keine seltsamen Witze. So, what do we need to know about you? Was ist der Goalkeeper? No. Your music, your favorite music. Do you have a driver's license? Driver's license, ja. Do you have? Yeah, yeah, of course. Do you know the story from Albin? Albin? No, no, what? He hasn't. Yeah. And he told us that his girlfriend is his driver. Yeah, I've heard that he hasn't a driver's license before. But yeah. So then you for the future, the next year? You're the driver of... Yeah, it's sexy for him. Yeah. Your favorite music? I don't have any general, I like more. I listen to everything. Also die Frage, die so ein Radioman, wie ich natürlich gerne steht, was hast du für eine Lieblingsmusik? Und da sagt er, er hört alles. Das freut mich nicht, aber vielleicht können wir ja hier und da mal ein bisschen Musik dann auch in der Kabine ihm vorspielen, weil da wissen wir ja alle, der Musikchef mittlerweile ist Selko Musa und der macht da so richtig Alarm. Vielleicht kann er ihn dann so für kroatische Volksmusik begeistern. Do you know something about Croatian music? Croatian? Yeah. Because Selko Musa, Selko Musa is the master of music in the Kabine. Yeah, I heard some songs. I have a friend from Sweden who is half Croatian, so I have some songs from Croatia. So your new best friend, Selko Musa, I think. Maybe, maybe. Also er hat gerade erzählt, er hat auch noch einen Kumpel, der ist so halb Kroate. Und damit ist natürlich klar, dass einer seiner neuen Freunde auch Selko Musa sein sollte. Okay, Movies? Do you like Movies? Yeah, yeah, of course. Tell us something about it. My favorite movie is The Gladiator. Gladiator? Yeah, yeah. I like it. Okay, anything else? No much. I watch a lot of series and Game of Thrones and Suits. I think they're very good. Also all the series, the you probably like Netflix-mäßig. Gladiator is one of his favorite films. Do you have animals at home? Any. A cat or a dog? No, no, no. No animals. Girlfriend? No. Wife? No. Children? No. Also die wichtigsten Fragen. Die wichtigsten Fragen für die Damen hier. Alle abgearbeitet. Also keine verheiratete Frau, also keine Frau, keine Freundin und auch keine Kinder mit dabei. Okay, then thank you very much for the first sentences. We can talk to each other and we are really looking forward to seeing you in our goal. Meeting. Thank you. Also das ist also unser Tobias, freut sich auch auf uns und den werden wir dann quasi im nächsten Jahr sehen. Hoffen, dass er halt gesund bleibt. Das wird schon so passieren und dann haben wir einen richtig geilen neuen Jungtorhüter. Sportfrei.